Wir haben den Kongress dieses Jahr, den GMPI, genutzt, um ein neues Produkt vorzustellen. Ein besonderes Produkt für uns, denn es ist der Nachfolger des ersten eigenen entwickelten Gerätes, Beatmungsgerätes aus dem Hause Löwenstein. Viele von uns kennen uns aus der Neonatologie schon viele Jahre. Und ja, tatsächlich haben wir heute das zum Anlass genommen hier in Hamburg bei einem sehr gut besuchten GMPI-Kongress, um den Nachfolger vorzustellen, unsere neue Leonie 4. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.